Und es geht weiter mit Metroid Fusion. Wie im letzten Teil haben wir das, also ein Imitat von uns selber gesehen. Und jetzt müssen wir in Sektor 1 die ganzen Klimastabilisatoren, die infiltriert wurden, wieder auf Normalbetrieb setzen. Ohne blaue Türe. Oh, warte. Okay, denke, denke. Headshot. Okay, ähm. Gehen wir einfach mal jetzt weiter. Was sind das für Dinger? Oh Gott. So. Nein, 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 nein. Du wirst noch zu groß. Also, falls du immer größer werden solltest. Okay. Ähm. Es ist auch, glaube ich, einer hier. So ein Klimastabilisator. Den müssen wir mit Missiles beschießen. Drei Stück. Klimastabilisator in Betrieb. Vier Einheiten weiterhin defekt. So. Ah ja, jetzt sieht man, der ganze Nebel hier ist weg. Und das ist wieder... Äh, es ist Schildkröten. Nein. Nein. Oh Gott, nicht die Dinger. Nein. Geht einfach mal scheißen. So. So. Nein. Komm her. So. Okay. Äh. Ah, okay. Hier ist ein Energietag. Haben wir schon zwei. So, supi. Gut. Ich würde sagen, ich gehe erst mal hier unten lang. Okay. 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 So, glaube ich, gleich ein Speicherraum. Den werde ich mal benutzen. Oh, Moment mal. Hier ist doch was faul. So. Oh Gott. Wie soll ich da hochkommen? Bestimmt Walljump. Nein. Den kriege ich nie hin. Okay. Geschafft. Mann, bin nicht gut. Missile Container halten. Hier bleibt kein Geheimnis unentdeckt. So. Scheint es gewesen zu sein. Gehen wir wieder zurück. Und speichern. Speichern abgeschlossen. Okay. Super. Dann gehen wir mal hier... Okay. Jemand ist auch noch mal gewesen. Hier kommen wir nicht weiter. Das müssen wir von der anderen Seite aktivieren. Äh, äh. Moment. Ist hier... Ist hier was? Ne. Nein. So. Na. Ja. Okay. Und... Ah. Ja. Super. Dann sollten wir den Raum hier... ... doch besser von... Na, ich gehe erst mal hier rein. Vielleicht gibt es hier noch was. Wow. Na. Kleiner, halt. Ich darf es nicht mehr machen. Besiegt. Super. Und auch besiegt. Ja, die sind nicht ganz so schwer. Ach du Scheiße. Muss ich die jetzt noch mit Raketen machen? Nein. Na, sag mal. So. Ich gehe lieber erst mal hier lang. Lava. Ach du Scheiße. Und wieder Messer. Na, klar. So. Na, aber immerhin, ich meine, wenn wir Fehler haben, dann brauchen wir uns nicht immer drum kümmern. Oh, ich habe jetzt doch nicht genug. Und sowas eben. Ich wage es ja nicht, mich abzuschießen. So. Hier geht es weiter. Was bist du? Na, ich gehe einfach hier weiter. Interessiert mich nicht mehr. Ja, hier ist wieder ein Klimastabilisator. Na. Ich will hier lang klettern. Das ist super. Okay. So. Drei Einheiten. Weiterhin defekt. Oh Gott. Kröten. Und Schattenkröten. Hier hinten sind noch Kröten. Hä? Wie geht das? Na gut. Oh, wieder so einer. Gut. Supi. Also, das Spiel macht echt Spaß, muss ich sagen. Ich würde es nur jedem empfehlen. Okay, wieder ein Klimastabilisator. Na. Na. Gut. So. Zwei Einheiten weiterhin empfehlen. Vielleicht lasse ich mal einfach fah- Oha. Eine Menge. So. Gut. Ich gehe mal hier lang. Was gibt es hier? Ah, okay. Ich gehe mal was. Na klar. Okay. Ich habe gerade nichts gesagt, aber ich muss kurz ein bisschen testen. Na gut. Wieder muss jetzt bekommen. Gehen wir mal hier weiter. Okay, hier müssen wir also nach oben. Einer reicht, glaube ich. Komm schon, ey. Geh einfach weg. Moment. Das gibt's doch nicht. Nein. So. Gut. Okay. Und hier lang. Wieso ist hier so ein Ding? Hier gibt's bestimmt ein Geheimnis. Hier gibt's bestimmt ein Geheimnis. Wieso sind sich mal Raketen? Nein, ich verwechsel mal L und R. Na gut. Ach, nicht runterfallen. Gut. Ich höre langsam nervt. Sonst haben wir doch noch Raketenmangel. Nein. Okay. Nein, dann bleibt halt hier unten. Das ist mir doch geil. So. Gut geschafft. Oh Gott, ein Boss. Das kann's doch nicht sein, oder? Oh Gott, da ist ein Speicherraum. Mein Glück. So. Das ist wenigstens immerhin gut. Speichern ist immer gut. Speichern abgeschlossen. Klasse. Oh oh. Theoretisch könnte ich den ja hier als so eine Art Aufladestation verwenden. Ah, komm. So, 99. Und. Ah, ja, Speichern. Super. Speichern abgeschlossen. Dann gehen wir mal hier lang. Ach, okay. Bums. Kriegen ja sowieso einen Roten hier, wenn wir einen Boss hier können. Wow. Ah. Ah, Mann, ey. Super. Okay, gehen wir rein. Ähm. Oh. Oh, 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 no. Ah, ja, der hier. Der hat ein Auge. Wenn man da reinschießt, dann... Ja. Ah, Mist. Oh. Ah, das ist schon geschafft. Charge Beam-Einsatzbar hat halt der Bild zum Aufladen gedrückt. Gut. Also, ich meine, hey. Ähm. Ach, unser Beam sieht jetzt auch anders aus. So, mal gucken. Ja. So, ja, hier geht's Wetter. Und da sollte auch der nächste Klimastabilisator so hin. Hier oben. Ja, das Ding hier ist merkwürdig. Aber hier ist nichts. Ähm. Ja. Okay. Geschafft. Ja, man denkt hier hat die Entwickler was falsch gemacht, aber das ist nicht so. Äh, so. So. Und... Okay. Eine Einheit weiterhin defekt. Naja. Weiß jetzt nicht genau, aber eigentlich sollte das die letzte Einheit sein. Also, ich muss mal sehen. Eben gucken auf der... Map. Ah, ja. Alles klar, wir müssen da hoch. So, komm. Dann gehen wir hier hoch. Ja, genau. Hier hoch. Da waren wir nämlich noch nicht. Okay, komm. Und hier rüber spricken wir die Dinger. Alle Stabilisatoren in Betrieb Klima recht Normalbereich. Super. Können wir dann runter. Und... gehen wir mal wieder zu Adam zurück. Ich würde sagen, dass wir jetzt zu Adam zurückgehen. Beenden wir auch diese Episode. Ah, komm. Komm. Als ob. Mit dem anderen Beam treffe ich dich richtig gut und jetzt... Jetzt habe ich einen stärkeren, ja? Und bringt nichts. Komm hier. Geh runter. So. Jetzt. Flieg hoch. So. Na klar. Hier lang. Falsch. Aber... Wir haben wir zurück. Na klar. So. Super. Okay, hier ist eine grüne Tür. Die kriegen wir noch nicht auf. Aber ist egal. Brauchen wir noch nicht. Regenerator. So. Waffen und Energie vor uns wieder hergestellt. Und... Speichern. Ja, wir wollen speichern. Speichern abgeschlossen. Und wir reden nochmal mit Adam. So. So. Die Klimastabilisatoren sind wieder im Einsatz. Doch wie es scheint, haben viele X bereits andere Sektoren erreicht. Zu den Einzelheiten. Sektor 2 Tro ist ein tropischer Lebensraum, weist einige Abnormitäten auf. Ich vermute, die X sind mithilfe unseres unidentifizierten Saboteurs in diesen Sektor gelangt. Er oder es hält sich möglicherweise in Sektor 2 Tro auf, Samus. Machen sie sich auf den Weg dorthin. Wir müssen diesen Irrsinn beenden. Sind die Anweisungen klar? Ja. Weitere Anweisungen halten sie am Tro-Navigationsterminal. Ja. Und hiermit würde ich sagen, beenden wir diese Episode. Ich freue mich auf die nächste Episode und sage erstmal Tschüssi.